Der Geißweier in Flossenbürg hat sich zu einem Waren-Tourismus-Hotspot entwickelt. Küchenchef Michael Schulze und sein Team bieten durchgehend warme Oberpfälzer Küche, kleine Brotzeiten, Snacks, Kaffee und Kuchen an. Auf der Terrasse des Restaurants werden die Gäste natürlich mit einem tollen Blick auf den Geißweier belohnt. Hier lässt sich die Abendsonne besonders entspannt genießen. Neben dem Weiher befindet sich eine kindersichere Badelandschaft mit Piratenschiff und Wachtturm und natürlich gibt es auf dem Gelände der Freizeitanlage mit dem großen Campingplatz noch einiges mehr zu entdecken. Hier findet man zum Beispiel die urigen Schlaffässer, in denen man entspannt übernachten kann. In den Fässern befindet sich ein Bett und eine aussiehbare Tischplatte. Den Blick auf den Weiher und die frisch sanierte Burgruine gibt es obendrein. Ein sehr gut erschlossenes Wander- und Radwegenetz ermöglicht Wanderfreunden den direkten Einstieg in die Idylle des Oberpfälzerwaldes. Das war's! 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 Vielen Dank.